Nochmal die Begrüßung an alle. Hallo Freunde, ich bin der Terz, ich mach ganz gerne mal ne Tanzparty. Und ich bin heute euer Vollzeitkeck. Das heißt, ich sorge hier für das Entertainment. Ihr könnt euch zurücklehnen und euch einfach den Scheiß reinziehen. Bis zum nächsten Mal. Jawohl Leute, was ist los hier? Ihr seid beim Kekko-Torsten. Wir gehen rein, ne? Au. Nein, nein. Warum machst du das? Warum? Och Mann, du Kek. Du Scheiß Kek. Och nee, Digga. Och nee. Och. Och nee, Bruder. Och. Bruder, muss los. Nee. Warum? Warum denn immer ich? Ich war Vampir, Digga. Ich wollte Vampir bleiben. Och. Dieser Schmutzscheiß. Ich wollte nicht. Ich lasse Facekeck jetzt rausworten. Ne, ne. Ich bin da halt tatsächlich hingelaufen. Ich kann übrigens sagen, jetzt der Kill auf Aurel, zu dem Zeitpunkt waren drei in O2. Wer war das? Das ist die erste. Ein Müdi-Pille-Pipp. Wen habt ihr jetzt gevotet? Dich. Die anderen? Dich. Wieso? Müdi, schieß bitte auf die erste. Bitte schieß auf die erste. Als der Lost da ist, Lost. Ja, wir verbrennen in der Lava, du Schwein. Geil. Ey, Leute. Was geht denn bei euch ab? Junge, was ist denn... Ey, Leute. Ist das krank? Ey, ist das... Junge, was geht denn bei dir ab? Alter, bist du... Junge, was ist das? Junge, was ist das denn? Leute, alt... Hype-Train. Junge, 664%. Alter, Level 5. Junge, was geht denn bei euch ab? Ey, ohne Scheiß. Was seid ihr denn für kranke Schweine? H alarg, wer ist das? Junge, was geht ab hier? Freunde, ich glaube es nicht, ne? Was ist denn bei euch kaputt? Bis zum nächsten Mal. Ich bin disconnected. Scheiße. Der mich hier wieder beleidigt, ne? Da ich schon wieder am Fressen bin. Wart ist denn los mit euch? Hinweise auf die erste... Da kommen die ersten Kommentare, ja sicher. Ja, da haben wir ein Reiskorn eingeatmet, ne? Da ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Mir geht's gut, super. Da wollte ich dich auch gerade... Nein, er ist auch Killer. Ja, da ist ja nicht schlimm. So. 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 Elf Monate, ne? Fast ein Jahr. Ich glaube es nicht. Komm, 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 komm. Hahahaha, geil. Geil. Da sehe ich mich. Geil. War das wieder, das war wieder, oh, das Junge, das war wieder Zuckerschleckenkill, ne? Ja. Geil. Der Imposter-Gott wieder anstatt. Rübe, du hast recht, ne? Du hast so recht, Rübe. Plötzlich fliegt die Leiche neben mir um. Du hast so recht, Rübe. Du hast einfach recht. Es ist Camouflage an. Ich sehe ihn runter zum Wind, rennen und reinhupfen. Halbi kann ich für den Kill rausnehmen. Wir standen bei dir gerade in Records. Ich kann weiße Wester auch rausnehmen. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe weiße Wester auch oben in Records gesehen. Ich war gerade in Records drin und ich habe den Vent gehen sehen. Jetzt mal Alibi erschleichen, Junge. Erschleichen. Mir wird das Alibi erschlichen, Leute. Wir waren ganz woanders, aber das sagen wir natürlich nicht, ne? Weil wir sind natürlich nicht blöd. Wir sagen, wir waren da in der Nähe Records. Schön weit weg vom Kill, ne? Ne? Pfiffig. Freunde, ihr müsst pfiffig sein bei dem Spiel, sonst funktioniert das hier nicht, ne? Ihr müsst schon, ja. Und dann wurde reportet. Ihr müsst pfiffig sein, sonst funktioniert das nicht. Ne, ich bin gerade zu Leitz gelaufen. Also, die Leiche ist wirklich nicht. Aber ich bin halt Pfeifferhead-Imposter, ne? Deshalb sage ich, ich war bei Records, ne? Weil da war ich ja echt, aber nur ganz kurz. Ja, war halt einfach unglücklich ausgedrückt jetzt. Ähm, sind eigentlich neue Rollen dazugekommen? Ja, der Spy. Der Spy ist ein Imposter, der die Imposter verraten soll. Du weißt aber als Imposter nicht, wer ist der Spy. Ähm. Der Spy weiß nicht, wer die Imposter sind. Äh, sag mal, welches Team hat jetzt gewonnen gerade? Crewmates, ne? Der Spy weiß nicht, wer die Imposter sind. Der Spy weiß, wer die Imposter ist, weil er ja selber auch die ist. Nein, 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 nein. Der Spy sieht seinen eigenen Namen rot. Ja, wenn er die anderen Namen... Der Rest, die Imposter sehen den Spy und den anderen Imposter und sich selbst in rot. Dementsprechend hast du drei Imposter, somit sind Double Kill zum einiges schwieriger, wenn kein Proven Imposter da ist. Ne, ich fand's lustig. Ich hab Terz der erste Runde gesucht und hab ihn nicht gefunden, aber immer reportet ihn. Und ich dachte mir so, fuck. Äh, warte mal, wer hat mich eigentlich geschiftet hier oder so? Hi. Hast du den Chester dann bekommen? Ja, natürlich. Okay, komisch. Deswegen wollte ich ja auch gekickt werden, aber irgendwie hat's nicht so ganz... Also, ganz kurz, die Crewmates haben gerade gewonnen, richtig? Die Crewmates haben gerade gewonnen, ja. Gewinn Terz, ich hab gewonnen. Ergebnis wählen ist ja. Das Ding ist... Hey, hast du gewonnen? Du warst der Chester und ich hab verloren. Ich hatte Victory Screen, glaub ich. Das Ding ist, äh, für Rani war es halt sehr unlockig, weil er hat vor mir gekillt und dachte, ich bin sein Imposter-Mate. Das ist halt so eine dumme Rolle. Schmutz. Ja, also ich werd mich... ...der Potential-Karl dabei, hab ich gerade gesehen, oder nicht? Ja, ich war's. Ähm. Wir haben... ... ... ... ... ... ... ... Okay, what the hell. Guten Tag. Guten Tag. Das Wort da hell ging mir auch gerade durch den Kopf. Ist der Jonas einfach so tot umgefallen? Ich glaub, das ist die Frage. Haben wir... ...'n Vampir dabei haben? Haben wir einen Charity? ...'a bible'n Jury? Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten... Jonas wurde gebissen, Jonas war Sheriff...